Herzlich willkommen zur Bildbesprechung der Street-Foto-Webinar-Teilnehmer. Du hast richtig gehört, es gibt ein Live-Webinar zur Street-Fotografie und für diese Live-Webinar-Teilnehmer gibt es hier eine separate Bildbesprechung auf dem Kanal. Und zwar hat jeder Teilnehmer ein individuelles Thema von mir zugeteilt bekommen nach dem Webinar und hatte Zeit, das umzusetzen und was dabei rausgekommen ist, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Du kennst die Bildbesprechung vom Bildbesprechung Samstag immer Samstag 14.30 Uhr und heute gibt es eine Art Sondervolge, nämlich für die Teilnehmer des Street-Foto-Live-Webinars. Wenn dich das ganz interessiert, schau in der Infocard und in der Infobox, also in der Videobeschreibung, da findest du den nächsten Termin zum Live-Webinar zur Street-Fotografie. Es sind noch nicht alle von euch, die an diesem Webinar teilgenommen haben, immer Bilder ein, aber manche schon und deren Bilder möchte ich heute super gern besprechen. Jeder Teilnehmer hatte von mir ein Thema zugeteilt, was ich dir zu Beginn der jeweiligen Gesprächung nochmal sage, damit du verstehen kannst, worum es ging und was an Bildern eingesandt wurde von den Teilnehmern. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir starten heute mit den Fotos von Ralf Lepprich und der Ralf, der hatte das Thema Scheren-Schnitt. Huh, da haben wir hier gleich ein klassisches Beispiel dafür, was trotzdem eben nicht so Hauruck reinhaut, weil wir eben einen Scheren-Schnitt haben, wo nicht ein Großteil des Bildes ein Scheren-Schnitt ist, sondern eben nur ein kleiner Teil des Bildes, nämlich die Dame, die dort mit wahrscheinlich zwei Einkaufstaschen oder sowas, eben durch den schattigen Bereich läuft. Also man muss das erstmal so belichten, muss man sagen, weil der Hintergrund ist ja doch recht hell. Es ist eine schöne Stelle, du hast also ganz offensichtlich irgendwo gestanden und gewartet, dass jemand durchläuft und hast die Szenerie wahrscheinlich mit anderen Personen beobachtet und gesehen, okay, das könnte hier Sinn ergeben und hast dann gewartet und dort ein Bild gemacht. Und das gefällt mir gut, das muss man mal ganz klar sagen, das finde ich wirklich gelungen. Das ist einfach ein schönes Bild von so einer architektonisch interessanten Stelle, viel Beton und viel Metall wahrscheinlich auch. Und die Frau steht auch an einer guten Stelle, nämlich vor dem hellen Bereich, dort unter dem Schild 1 bis 3 im Bild. Das mag ich. Dann haben wir ein zweites Foto von Ralf. Das ist fotografiert, tja, zwischen zwei so großen Säulen und die Säulen sehen auf alle Fälle imposant aus. Wo das genau ist, kann ich überhaupt nicht sagen, es macht aber auch nichts. Im Hintergrund gucken wir in so eine Stadtszenerie und da ist, was ist da, ein Park wahrscheinlich, irgendwie so ein Park mit Wiese, wo so ein paar Leute irgendwie in der Frühlingssonne wahrscheinlich liegen, picknicken, lesen oder irgendwas. Und du hast schön Ebenen ins Bild gebracht. Du hast auf der linken Seite ein Bild dran, bei diesem Hochformat-Bild, diese gerade stehende Säule, die wir sehr gut erkennen können. Auf der rechten Seite hast du dieselbe Säule, oder Quatsch, die gleiche auch nicht, doch die gleiche Säule, also gleicher Bauart, ins Bild genommen, um den Rand zu begrenzen. Der könnte noch ein bisschen knapper im Bild sein, das fand mir fast ein bisschen viel davon da. Und das könnte auch noch dunkler sein, da könnte man noch ein bisschen abdunkeln. Und dazwischen diesen Säulen sitzt eben diese Person, die ihre Handtasche neben sich liegen hat, mit so ein bisschen Abstand, was ganz ungewöhnlich für mich aussieht und ist halt schön abgedunkelt. Das ist auch sehr schön gemacht. Und dann haben wir hier ein drittes Bild von dir und das zeigt hier, was zeigt das überhaupt? Also das zeigt auf alle Fälle erstmal scherenschnittartig eher so den Baum, der ist halt im kompletten Gegenlicht. Dann haben wir links zwei Personen, die weiß nicht ganz genau, was tun. Und wir haben rechts zwei Personen. Rechts ist wahrscheinlich eine Frau und ein Mann. Wenn ich das nicht besser wissen würde, würde ich sagen, die heiraten. Aber das ergibt keinen Sinn, weil die Frau so einen Mantel anhat mit so einer Umhängetasche. Aber er sieht so ein bisschen aus wie bereit für die Hochzeit. Da ist mir insgesamt ein ganz, ganz bisschen zu viel Zeichnung drin. Also nach hinten raus habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen ausgebrannt alles. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich sowohl auf den Personen links die Adidas-Streifen sehen kann und rechts auch eben erkenne, dass der Mann so eine Art Anzug trägt, einen dunklen. Da hätte man noch ein bisschen krasser belichten können, also einfach noch ein bisschen unterbelichten. Und wäre vielleicht sogar hinten noch ein bisschen Zeichnung in den Himmel gekommen. Und dann am Schwarzregler hinterher das Ganze ein bisschen auskorrigieren. Das wäre sicher nicht verkehrt gewesen, um dieses Bild insgesamt noch interessanter zu machen. Von Sabine Leker haben wir das Thema Treppenstufen. Und ich sehe, dass bei diesem Foto dran steht, neu. Das hast du, glaube ich, nach dir nochmal eingereicht. Aber ich bespreche die alle, die du geschickt hast. Kein Problem. Ja, stark. Also auch ein sehr starkes Treppenstufenbild, weil wir so richtig an der Stufe sind. Weißt du, du bist mit der Kamera unfassbar tief. Lass mich mal ganz kurz gucken, womit du hier fotografiert hast. Mit 23 Millimeter Brennweite. Unfassbar tief. Der Kollege, der rechts sitzt, der sieht natürlich ganz genau, dass du dahin fotografierst. Also er guckt ja ideal in das Objektiv. Und das, obwohl unsere Konzentration schon auf der Dame ist, die die Treppe links hoch geht. Also mit diesem Leopardenmuster und diesen doch sehr auffälligen Schuhen fällt die natürlich extrem ins Bild und ins Auge. Aber trotzdem ist das Amüsante eigentlich, dass er rechts genau das beobachtet, dass du die Füße von der anderen fotografierst. Ja, und das macht richtig Spaß an diesem Foto. Schön belichtet, gute Schwarz-Weiß-Werte. Gefällt mir sehr. Dann hast du hier, oh, da hast du hier ein sehr spannendes Treppenstufenbild gemacht, was ich erstmal versuchen muss zu erkennen. Also erstmal finde ich es ganz gut, dass es farbig ist, weil wir natürlich sehr viele pinke Mädchen-Flipflops und Hausschuhe dort vor der Tür stehen haben. Und dazu passt die Hosenfarbe sehr gut. Der Hund hier im Untergrund, naja, den bräuchte man jetzt nicht unbedingt. Wenn er frei wäre, würde es sicherlich auch nicht schaden. Das ist ein bisschen, hier ein bisschen viel drauf. Ja, also im Gegensatz zu dem Bild davor. Stell dir vor, auch dieses, du hättest da ein Querformat rausgeschossen, so dass wir nur die Schuhe und den Fuß hinten aus der Tür rausgucken sehen würden. Also jetzt nachträglich ist es nicht ganz so einfach, das sauber zu beschneiden, weil wir oben diesen hellen, sonnigen Bereich haben, wo die Sonne so reinknallt. Aber stell dir mal vor, du schneidest bis unter der Tasche, bis unter der Tasche, die da drüben an der Tür hängt, und unten hier bis zu dem Rand, wo diese kreisrund verlaufende Stufe Richtung Betonsockel kommt. Dann glaube ich, wird das Foto sehr viel spannender, weil nicht so viel drauf ist und wir so ein bisschen mehr das Gefühl haben, mit im Geschehen zu sein. Gefällt mir aber trotzdem auch ganz gut, so Sabine. Und dann hast du dieses eingesandt. Boah. Eieiei. Okay, du hast hier als Bildtitel Wettlauf herangeschrieben. Ich meine, das ist natürlich schon irgendwie geil, muss man sagen. Also erstens ist zum Thema Treppenstufen, von Treppenstufen sind mehr als genug drauf. Und wir haben diese zwei Personen, die tatsächlich direkt im Bild mehr oder weniger übereinander angeordnet sind, je nachdem, aus welcher Richtung man schaut. Das Ganze mit einer guten, wie soll ich sagen, guten Kontrasten. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich wirklich richtig stark gemacht. Ich habe das Gefühl, dass es ein Foto aus dem Archiv, wenn ich ehrlich sein soll, weil ich sehe hier das Datum und unser Binar war ja im Frühjahr. Und ich habe jetzt lange gebraucht, weil ich immer noch gewartet habe, ob noch jemand was einsendet oder mal nachgehakt bei dem Rest. Aber ist halt jetzt nicht so. Aber das ist ein starkes Foto. Wie gesagt, ich glaube nicht sogar extra hierfür gemacht. Vielleicht links am Rand noch ein bisschen besser die Stürze der Linien ausrichten. Sonst aber ein wirklich tolles Treppenstufenfoto. Und dann hat hier die liebe Silke Eckinger das Thema, die ist jetzt verrückt, an der Sagrada Famina. Warum? Weil sie mit auf Barcelona-Fotoreise war. Das ist jetzt nicht an, sondern in. Und ich habe so ein Gefühl, wenn ich das Thumbnail angucke, ist das andere auch in. Aber als erstes mal Chapeau, mein Hut gezogen dafür, dass du so nicht drangegangen bist an die Asiaten hier. Denn wie man im Hintergrund sehen kann, es herrscht Maskenpflicht in der Kathedrale oder zu dem Zeitpunkt, als wir da waren im April. Da herrschte dort Maskenpflicht. Und wie man sieht, für so ein Selfie, TikTok, Insta, WeChat oder wo auch immer das hinkommt, interessiert das keinen. So schnell mal alles abmachen, auch wenn ich gerade nur das Foto mache. Hauptsache, die Maske ist runter. So, die habe ich natürlich auch länger beobachtet da, wie die ein Selfie nach dem anderen gemacht haben. Du bist auf alle Fälle, wie gesagt, sehr schön nah dran. Mit 18 mm Brennweite. Das beeindruckt mich doch recht doll, muss ich sagen. Und, ähm, Ja, ich finde die Szenerie auch soweit ganz schön. Es könnte vielleicht ein bisschen mehr ausgerichtet sein. Das kannst du nachträglich jetzt natürlich nur sehr schlecht machen, weil dann schneidest du hier der rechten jungen Dame die Füße ab und den Kopf wahrscheinlich auch, wenn du jetzt ausrichtest. Aber ein bisschen gerader wäre natürlich noch schöner gewesen. Aber irgendwas ist immer. Und dann hast du dieses Foto noch gemacht. Das ist, äh, da kann ich die, die Exif-Daten nicht auslesen. Also, wie, wie nah du wirklich dran warst. Aber ich glaube doch recht nah, wenn ich da so hingucke. Und hast trotzdem noch ein bisschen Unschärfe nach hinten, was mir ganz gut gefällt. Ähm, ja. Ja, auch ein sehr schönes Foto, muss man sagen. Ja, sehr schön gemacht. Das, das ist auf jeden Fall cool. Ähm, hier, auch hier finde ich die Farbvariante tatsächlich ganz gut. Ja, also, und ich bin nicht so ein riesen Farbfan bei Streetfotos, wenn ich ehrlich sein soll. Aber hier finde ich sie auch ganz gut. So eine klassische Möglichkeit halt einfach schnell mal ein Streetfoto zu machen. Du fotografierst in das Display von anderen Reihen. Dann sieht man auch noch so ein bisschen, was die da gerade fotografieren. Und da diese Telefone oft eine sehr weitwinklige Linse haben, erkennt man auch gut das Motiv, wo man da gerade gewesen ist. Also, hier muss man uns ja gerade von mir ja gar nicht dazu sagen, eigentlich als Thema. Man sieht das sofort. Ähm, auch ganz schön. Und dann haben wir noch eins von dir. Okay, das ist an der Kirche. Das ist stark. Ja, ähm, das ist stark. Puh, äh, ähm, 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 das musste sicher schnell gehen, ja, weil die, äh, weil du natürlich so die Pose der Mädels mit drauf haben wolltest und so weiter. Da hast du jetzt natürlich ein bisschen unten die Füße angeschnitten. Um das jetzt ein bisschen zu retten, das Foto, was den Anschnitt unten betrifft, würde ich einfach auf der linken Seite und unten noch eine ganze Ecke wegschneiden. Ja, also du bleibst im Format und schneidest es mal unten und links ein Stück weg. Das hilft dem Foto sicher, dass wir noch ein bisschen dichter rankommen an das ganze Geschehen. Wenn wir noch ein bisschen dabei sind, man kann richtig schön sehen, wie die beiden Mädels da posen für das Foto, was gleich im Web landet. Und hier hat sicherlich auch das Umband in Schwarzweiß geholfen, weil das im Hintergrund durch das Beige der Kathedrale und gleichzeitig das Grün der Bäume sonst hier abgelenkt hätte. Aber das finde ich wirklich richtig gutes Foto von dort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an die Einsender für das Vertrauen und vor allem für das Umsetzen der Aufgaben. Und es macht richtig Sinn, wenn ihr mit der Street-Fotografie vorankommen wollt, euch mit dem Thema auch wirklich zu beschäftigen und bei dem Thema am Ball zu bleiben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, dass wir so tolle Bilder eingesandt bekommen haben. Wünsche euch eine richtig gute Zeit. Geht raus fotografieren, gerne auch auf die Straße und dann immer schöner denken. Wir zwei, wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder.